Es ist eine kleine Sensation aus dem Tierreich. Wie die BVZ berichtet, durchstreift ein Wolf die Gegend zwischen Eisenstadt und Sankt Margareten. Das Tier wurde von einer Wildkamera aufgenommen. Die Bilder beweisen, dass zumindest ein Exemplar unterwegs ist. Der Wolf dürfte auch ein Hirschkalb gerissen haben. Woher das Raubtier kommt, ist derzeit noch nicht bekannt.